Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Wir haben gerade noch in der letzten Folge ein Jagdgewehr aus einer Jägerhütte oder dem Privathaus des Jägers gestohlen. Aber der braucht es nicht mehr. Der ist wahrscheinlich tot. Insofern. Und wir haben gelernt, dass wir irgendwie mehr Informationen kriegen, wenn wir Gegner durch Ferngläser beobachten. Jetzt würde ich gerne mal einen Gegner finden. Damit ich den durch mein Fernglas beobachten kann. Kann ich jetzt eigentlich, wie lösche ich denn die Markierung wieder von der Karte? Die ist nur verwirrend. So. Jetzt waren wir in Björgnes. Jetzt ist die Frage, radeln wir wieder zurück zur Hauptquest oder drehen wir wirklich eine kleine Runde um die Insel, oder? Machen wir hier mal eins. An zwei kommen wir sowieso vorbei. Dann mache ich hier... Ah, okay. Das geht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wie. Ich hätte jetzt gern eins, zwei, drei gemacht. Naja, dann radeln wir zu eins. Wo ist unser Fahrrad, wo ich gerade von radeln rede? Das konnten wir nochmal ganz gut retten aus der Bedulie. Da steht's. Wie eine Eins. Wunderbar. Schauen wir nochmal kurz in das Bötchen. Vielleicht sind da drin Brötchen, weil das reimt sich. Und deswegen wird das schon Sinn machen. Aber leider ist da nur Wasser drin. Das Boot scheint nicht sehr dicht zu sein, weil das Wasser fließt irgendwie raus und wieder rein in Echtzeit. Also das Wasser diffundiert durch die Bootwand wahrscheinlich. Vielleicht ist doch mehr hier am Werk als nur wild gewordene Roboter. Vielleicht hat irgendein Ereignis die Atomintegrität geschädigt. Und deswegen kann jetzt Materie durch andere Materie einfach durchdiffundieren. Das erklärt zwar nicht die Roboter. Aber. Na und? Meine Mama hat gesagt, das ist eine gute Theorie. So. Das sieht so ein bisschen aus wie das Symbol der Fireflies, das sie da hinten drauf hat, oder? Aus The Last of Us. The Last of Us. Wenn The Last of Us eine 80er Jahre Serie wäre, dann wäre das wahrscheinlich der Jingle. So ein Gitarren, so das Intro. Oh, bremsen. Absteigen. Ducken. Ah ja, guck. Status 100%. Schwierigkeiten Mittel. Entfernung weiß man nicht. Modell. Skier Clubs. Die Skier. Skier Clubs. Ah, da ist was anderes noch. Da war noch ein kleines Spinnentierchen. Ich glaube, ich verstehe, was das Spiel will. Was das Spiel sein will. Schade, dass wir keine Munition für dieses Gewehr haben. Das wäre schon gut. Ich glaube, ich werde die mal mit der... Oder soll ich mal die Pistole nehmen? Ich will die Pistole. Jetzt, passt auf, ich habe eine Idee. Ich nehme mal die Batterie. Kann ich die werfen? Oh, jetzt habe ich die hier hingestellt, oder? So, und jetzt nehme ich einen Leuchtfeuerstab. Und gehe mal da hinten hinter dem Baum in Deckung. Aber ich darf nicht zu weit weg gehen. Ich kann nicht so gut werfen. Ich habe das Gefühl, die wissen genau, wo ich bin. Oh, oh, da kommt ein Spinn auf mich zu. Oh Gott, oh Gott. Ähm, aufstehen. Hä, sterben die dadurch? Rat, gib mir Deckung. Ich brauche mal deinen guten Rat, bitte. So, kommt her, Hündchen, ihr. Kommt doch mal näher. Ich habe hier so eine schöne Falle für euch gebaut. Und dann kommt die nicht. Ist ein bisschen unhöflich von denen jetzt. Ich huble seitdem. Tschüss. Jungen Zeit, ich bin mal die ruse. Und dann kommt die Ruse, gehen vor allem nicht. Ich kann mich nicht nur nochmal die Ruse. Ich kann mich nicht zum Hecht machen. Sch την Pläten. Kommt das! Och hoffen Sie ihn. Ich bin Anschl Metal geste bible. Schade, dass die nicht in meine Falle gehen. Wirklich schade. Schade um die gute Falle. Ja, das war ein Spaß. Es hat funktioniert. Schön, schön. Schön, schön. Ich meine, es hat nicht so richtig funktioniert. Also nicht so, wie ich das gern gehabt hätte. Aber immerhin konnten wir noch ein bisschen, ne? Es war nicht ganz umsonst. Immerhin konnte ich mal sehen, was passiert. Ich glaube, entweder EMP-Falle oder Gastank reichen grundsätzlich. Beides war, glaube ich, ein bisschen Overkill. Aber gut. Ich dachte ja auch, ich habe es mit zwei Hunden und mindestens einem Spider-Bot zu tun, die ich in die Falle locke. War aber dann doch nicht so. Hallo Person. Danke für deine Munition. Ich werde sie nur für die Mächte des Guten benutzen. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ist wahrscheinlich eine Frage der Perspektive. Vielleicht ist das hier auch so eine Roboter-Rebellion-Geschichte. Glaube ich aber weniger. Aber wer weiß. Ähm. Habe ich jetzt schon Mun... Warum habe ich denn... Warum kriege ich denn keine Munition für das blöde Ding? Wenigstens haben wir jetzt ganz viel Schrotflinten-Munition. Das ist schon mal gut. Lederstiefel. Sind die Adrenalinspritzen quasi Extra-Leben? Habe ich das richtig verstanden? Und habe ich jetzt schon tausend davon und bin so gut wie unsterblich? Oder ist das nur Multiplayer-Adrenalin? Äh. 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 Extra-Leben, meine ich. Und kann ich die kleinen Spinnen-Roboter, die ich da hinten kaputt gemacht habe? Die haben sich komplett aufgelöst, oder? Da bleibt nichts übrig. Schade. Naja. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm. In unser Profil. Ob wir da nicht vielleicht schon Sachen gefunden haben, die Statuswerte haben. Yeah. Kappe rückwärts. Nice. Die hat zwar keinen Statuswert, aber nehmen wir trotzdem. Ah ja. Das sehe ich auch hier im Menü. Da muss ich das nicht immer anziehen. Ah, die Stiefel haben genauso Fallwiderstand wie die Turnschuhe. Wir behalten natürlich die Turnschuhe. Ich meine, Style muss schon sein. Wir sind ja immerhin in den 80ern. Wir sind ein Teenager in den 80ern. Da muss schon der Style gewahrt sein, natürlich. Also bitte. Ist da offen? Ach, das ist ein ungefallener Lastwagen. Ja, okay. Schauen wir uns den kurz mal an. Noch. Vielleicht kann ich da noch irgendwas aufmachen oder looten oder so. Ich dachte, da stehen einfach zwei so Container irgendwie. Naja. Ist aber ein langweiliger Lastwagen. Rad. Weiter geht's. Rückwärtsgang. Piep, piep. Und radl. Radl wie der Wind. Du tapfere Heldin. Der 80er. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, abgesperrt. Da kommen wir nicht so ohne weiteres rein. Ob das später mal für die Story wichtig ist. Oder ob ich da erst irgendwelche komischen Schlüsselsachen oder sowas finden muss. Wer weiß. Trotzdem erkunde ich jetzt ein bisschen weiter. Die Runde drehen wir jetzt fertig. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Fahrrad. Ich wäre soweit. Wie sieht's mit dir aus? Jetzt. Okay. Okay. Ach, hätten die da doch bloß kein Vierspieler-Multiplayer-Spiel, sondern was Narrativeres gemacht. Was Story-Getriebeneres. Weil das Setting finde ich ziemlich cool. Das hätte so ein Stranger Things mit Robotern werden können. Das wäre cool gewesen. Aber gut. Schauen wir mal, wo das noch hinführt hier. Gruselige Musik. Ich radle mal ein bisschen langsamer. Oha. Ich verstehe das wirklich mit diesen Leuchtfeuer-Fackeln nicht. Ich habe das Gefühl, sobald ich die werfe, wissen die, wo ich bin. Aber diesmal hat es scheinbar funktioniert. Der ist ganz aufgeregt. Niedlich. Hey, warte doch mal. Oh, Mist. Das ist gar nicht so leicht hier mit Controller. Okay. Das ist schon immer wieder erstaunlich. Weil jeder Controller fühlt sich einfach ganz anders an. Ich finde den Xbox Series Controller jetzt hier wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ist das der gleiche wie auf der One oder ist das nochmal eine andere Version? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe der einzige Xbox Controller, den ich in der Hand hatte, ist der 360 Controller. Naja, und der Duke natürlich. Der gute alte Duke. Ist klar. Aber ich meine jetzt, ne, das... Ich meine so aktueller. Und der 360 Controller war schon noch... Hat sich ein bisschen anders angefühlt. Die Sticks vor allem. So ein bisschen die 3D-Sticks. Die sind hier schon anders. Nicht schlecht, wirklich. Ich finde den einen sehr guten Controller. Aber fühlt sich ganz anders an. Wie jetzt der PS4-Controller oder die Switch. Ich bin auf den PS5-Controller gespannt. Wenn ihr die Folge seht, habe ich die hoffentlich schon. Und viele von euch bestimmt auch. Der hat ja ein paar coole Gimmicks, die vielleicht ganz cool sein könnten. Ich habe mir nämlich schon lange, lange gedacht, warum eigentlich Controller nicht so Force-Feedback-Sachen nutzen. Wie Lenkräder oder Joysticks. Und jetzt macht das der PS5-Controller tatsächlich mal. Bin ich gespannt, wie sich das anfühlt. Ob das eher nervig oder eher cool ist. Weil ich meine, das Rumble-Pack war zumindest damals, ich kann mich noch erinnern, auf dem N64 war das Rumble-Pack bei Lylat Wars damals zum ersten Mal schon ziemlich cool. Das war am Anfang echt beeindruckend. Wie der Controller vibriert. Wie man dieses haptische Feedback zu Sachen, die in der virtuellen Welt passieren hat. Das war schon beeindruckend. Das war wirklich eine Zeit lang auch wirklich, wow, voll crazy. Aber verliert halt seine Magie recht schnell. Und ich glaube jetzt... Ich könnte niemals sagen, ob der Controller, den ich aktuell benutze, ein aktiviertes Rumble-Feature hat oder nicht. Es gibt wirklich nur ganz wenige Szenen, wo irgendwie ganz was Episches passiert. Was von großem Ausmaß. Und dann vibriert der Controller. Und dann kann das vielleicht noch ein bisschen untermalen. Aber ansonsten ist dieses Rumble-Feature, finde ich, wirklich ziemlich... Weiß ich nicht. Unwichtig geworden, oder? Es ist so ein bisschen wie Bewegungssteuerung. Als ich die Wii damals hatte, als ich die bekommen habe, haben wir alle, also ich, meine Freunde, meine Familie, alle so viel Wii Fit... Nicht Wii Fit, wie hieß es denn? Wii Sports gespielt. So viel Tennis, gerade Tennis vor allem, aber auch die anderen Spiele. Wir hatten wirklich Tennis-Arme. Uns hat alles wehgetan. Es war einfach nur faszinierend und ein Riesenspaß. Und heute ist Bewegungssteuerung so ziemlich tot. Bewegungssteuerung war nochmal im Grunde der Urvater von VR-Technologie. Durch die Wii vor allem konnten sich plötzlich nämlich ganz viele auch Studenten und Wissenschaftler und so weiter... so billige Bewegungstechnologie sichern, wie noch nie zuvor. Das hat, was das angeht, einen ziemlichen Hype ausgelöst, was ziemlich cool ist. Das hat viel Fortschritt auf dem Gebiet gebracht. Aber wie gesagt, mittlerweile eher in den Hintergrund gerückt, ne? Jetzt muss ich mal schnell... Irgendwie hat es mir gerade angezeigt, hier und da, wo ich jetzt bin, habe ich null von einer Waffe gefunden. Aber jetzt weiß ich nicht genau, was die meinen und wo und wie und was. In die drei kleinen Häuschen, da vorne kann man nicht reingehen. Deswegen bin ich jetzt verwirrt. Und verunsichert. Und verwirrtsichert. Ich habe in dem Test zu dem Spiel, ich habe mal so ein bisschen durchgeblättert, weil das Spiel sehr negativ von der internationalen Presse wahrgenommen wurde. Was aber auch sehr stark darauf zurückzuführen ist, dass es eben zum Release wahnsinnig verbuggt war, bis zur Unspielbarkeit scheinbar. Das ist natürlich nicht gut. Aber auf jeden Fall habe ich immer wieder auch gelesen, dass leider Erkunden scheinbar, haben viele kritisiert, von dem Spiel nicht wirklich belohnt wird. Und das ist bis jetzt leider auch mein erster Eindruck gewesen. Man findet halt meistens irgendwie Gerümpel, das man eh nicht brauchen kann. Zumindest weiß ich noch nicht, für was eigentlich. Und in so viele Gebäude kann man gar nicht reingehen. Die sind nur zur Dekoration. Und das ist einfach wirklich ein bisschen frustrierend. Das ist nicht optimal designt. Das haben wir spätestens bei Breath of the Wild gelernt. Also alle Spiele, die nach Zelda Breath of the Wild erschienen sind, haben wirklich keine Ausrede mehr. Wenn der Spieler in der Entfernung irgendwas sieht und sich denkt, da könnte was sein, dann muss da was sein. Das ist wirklich das A und O für gutes Open-World-Design. Wenn was interessant aussieht, wenn was auch nur annähernd interessant oder ungewöhnlich aussieht, muss der Spieler dafür belohnt werden, dass es ihm aufgefallen ist. So erzeugt man Motivation und eine interessante, coole Welt, die Spaß macht zu erkunden. Und wenn da drei rote Häuschen stehen und da ist im Grunde einfach gar nichts, außer irgendwie so ein toter Kerl, der irgendwie ein bisschen Munition hat, dann ist das frustrierend. Dann ist das das Gegenteil von interessanten, guten Open-World-Design. Dann ist das eher so ein bisschen so, hier ist schon wieder nichts. Weil das führt dann im Endeffekt nur dazu, dass man einfach nur von A nach B läuft, weil man weiß ja, dass man da sowieso nichts Interessantes findet, wo auch immer man hingeht. Und das sollte nicht passieren. Weil das führt quasi die ganze Open-World an Absurdum. Sagt man das so? An Absurdum? Manchmal höre ich Worte und versuche die nachzusprechen, aber habe sie nie gelesen. Dann ist es schwierig. Teilweise. Sudala. Kennt ihr das? Wahrscheinlich, oder? Wenn man Worte nur vom Hören kennt, aber nicht vom Schreiben. Und deswegen weiß man nicht so hundertprozentig, wenn man die eigentlich genau ausspricht. Da gibt es eine ganze IT-Crowd-Folge dazu im Grunde. Everybody has a blind spot. Jeder hat so ein Wort, das er immer falsch ausspricht und er weiß es gar nicht. Behauptet die Serie. Schau hier zum Beispiel. Da drüben steht jetzt so ein kleines Häuschen irgendwo auf der anderen Seite von dem Sumpf. Gutes Weltdesign wäre jetzt, wenn ich da was richtig Cooles finde. Wenn da jetzt nichts ist, oder vielleicht nur irgendwie ein bisschen Munition, dann ist es einfach nicht motivierend. Wie gesagt, das wird dann auch dazu führen, dass ich mich weniger umschaue und das wäre ja schade. Das ist jetzt die Probe aufs Example. Alles oder nichts, Game Designer. Nein, ich kann nicht mal die Tür öffnen. Ich kann nicht mal die Tür... Das Haus ist ein Dummy. Nicht mal die Scheiben sind echt. Ach, kommt. Ach, kommt. Ach, kommt, Game Designer. Warum sollte man sowas machen? Wirklich jetzt. Das ist doch... Also wirklich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut designt. Klopapier. Yes. Guckt, für ein paar Mad Kids, die ein bisschen abseits rumliegen. Nee, das ist nicht gut. Da muss ich jetzt schon zustimmen. Aber gut. Okay. Boah, da hat mich gerade irgendwas bemerkt. Aber ich weiß nicht was. Ist da oben ein Gegner? Oder ist das nur der Sonnenaufgang, der durch den Wald geschimmert hat? Ich glaube, es ist nur der Waldschein, der durch die Sonne geschimmert hat. Nee. Das ist kein Waldschein, der durch die Sonne geschimmert hat. Das war ein rotes Licht. Da ist ein Roboter. Der sieht anders aus als die, die ich bisher kenne. Hunt Class A. Schwierigkeit schwer. Ein Humanoider. Ein Prototyp-Klassenhunter. Shit. Kann man irgendwie speichern hier? Ich glaube, das speichert von alleine. Wahrscheinlich. Ein Humanoider-Prototyp-Klasse-A-Hunter-Robo-Feind. Oh oh. Ich glaube, ich wurde bemerkt. Damit bin ich hier doch so im Gebüsch. Na gut, okay. Dann los. Na schau. Nichts, was ein bisschen Schrobflinte nicht reparieren könnte. Äh, richten könnte. Äh, hinrichten könnte. Haha. Ah, hilarious. So, da. Ich habe nur noch drei Schuss Schrobflinte. Mit der Pistole möchte ich nicht gegen den kämpfen. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal, dass wir so eintreffen. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, dass der Herr einfach so rumsteht. Vielleicht hätte ich doch nicht hierher kommen sollen. Aber gleich sind wir wieder am Startgebiet. Einfach noch der Straße ein bisschen folgen, dann sind wir wieder am Anfang und da dürfte es sicher sein. Holy Macaroni. Holy Macaroni. Habe ich jetzt schon Munizierung für das Ding? Ja, habe ich. Ich habe Munizierung für unser Bolt-Gewehr. Wie kann ich denn jetzt bitte diese blöden Aufsätze auf mein Gewehr montieren? Ergänzung. Ah, nö. Ah, hier unten. Visier. Das sind zweimal die gleichen, oder? Nur eins ist irgendwie besser als das andere. Ähm, okay. Uh. Uh. 15 Gramm. Ich habe einen 15-Gramm-Modder bekommen. 15 Gramm-Modder, bitte. Bäh. Das klingt toll. Dann geht man zum Modderhändler. Zum Dreckwarenhändler und sagt zu dem, hallo, ich hätte gern 15 Gramm-Modder. Bitteschön. So, da la. Machen wir für heute Schluss. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer wäre ein Like und ein Abo gut. Und vergesst euren Modder nicht. Schicke ich euch zu. Kostenlos. Als kostenloser Service. 15 Gramm-Modder für alle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.